Ja, machen wir. Ja, 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 ja. Bis morgen. Viel Spaß mit dem. Danke. Ein mega cooles Gefühl, wir müssen das erstmal verarbeiten. Wir sind noch komplex. Wir haben viele Eindrücke in den letzten Tagen jetzt hier heute. Als du das Buch aufgeschlagen hast und dann gesagt hast, dass du dabei bist, dann atmet man so durch. Ja, auf jeden Fall. Ich bin erstmal, muss man sagen, vom Produkt begeistert. Und ich finde, ich finde das so, eigentlich hat die Höhle das heute gut wie der gespiegelt. Wenn so wie Tillmann oder Nils mit seinen Kindern kein Problem hat, dann findet man das Produkt auch nicht gut, weil man braucht es ja nicht. Aber wenn man den Pain hat, wo man sagt, oh, mein Kind duscht nicht gerne oder schon gar nicht Haare waschen, dann weiß man, wie schwer das ist als Eltern, weil man ja irgendwie möchte, dass die Kinder auch mal Haare waschen. Deswegen finde ich das Produkt total cool. Und ja, wir setzen uns jetzt zusammen, wir gucken, ich fand das gut, was du gesagt hast mit dem Preispunkt selber. Wenn man einen Vorteil im Einkaufspreis hat, gibt man das den Endkunden weiter. Aber das ist jetzt, jetzt feiern wir erstmal und freuen uns. Und dann werden wir uns in Ruhe zusammensitzen, weil am Ende bin ich nur Mentor und Minderheit beteiligt. Die Entscheidungen werden hier getroffen. Ich werde meine Empfehlung geben, mit meiner Erfahrung sagen, was ich glaube, was da richtig ist, welche Kunden passen und so weiter und werde überall helfen. Aber am Entscheiden tun die beiden. Also dafür sind sie Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja. 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 Ja.